so hallo leute ich bin es wieder euer radi hat heute noch mal was für euch eine kleinigkeit und zwar ich will nicht fast sagen das ist mein lieblings thema die blöcke aber ich bin mal wieder bei den blöcken gelandet weil ich was machen wollte an meiner anlage wie gesagt ich hatte beim letzten mal schon gesagt ich habe hier ein bisschen rumgefummelt mit der farbe und so weiter damit was vielleicht in den videos jetzt ein bisschen besser sehen kann es geht im prinzip darum dass ich zum beispiel wie wild irgendwelche blöcke angeordnet habe sagen wir mal ohne sinn und verstand ich habe sie einfach so hin gepasst oder hingelegt wie mir das gerade so einfiel bei meiner änderung und jetzt ist es so dass ich halt mal was ändern wollte und zwar geht es um diese beiden blöcke hier den b 48 und den b 30 die habe ich hier hingelegt weil einfach hier am meisten platz war aber eigentlich müssen diese beiden blöcke hier unten hin und zwar in die wie heißt es hier in die horizontale und nicht in die vertikale so und dazu habe ich was festgestellt und das ist vielleicht ganz interessant für euch so ich mache mal den radi an wo ist er denn da ist der radi so also das thema wäre änderungen bei blöcken das hat man schon mal also das insgesamt habe ich das video drei und vier für blöcke gemacht zum einrichten und es gibt ein video 23 von mir wo ich halt die änderungen bei blöcken noch mal besprochen habe was immer so ein problem ist weil man sich dabei auch viel zerstören kann wenn man nicht aufpasst und ich war jetzt wie gesagt dran noch mal wieder was zu ändern bei blöcken und zwar wollte ich das einfach ich wollte einfach diesen blog hier den 48 er den wollte ich eigentlich nehmen und wollte ihn hier unten hin schieben das geht aber nicht so ohne weiters da muss man auch ein klein bisschen aufpassen so also ich sag jetzt mal wie ich es gemacht habe weil man kann den natürlich auch kopieren und man kann ihn wieder einfügen das geht auch aber dann habe ich halt ich sag mal eine doppelbelegung von adressen und so weiter und so fort also dieses video wäre jetzt ein neues ergänzungs video zum blog zum blog zum video 23 sage ich jetzt mal da wird es wahrscheinlich von der reihe her am besten rein passen ok also wo muss man darauf achten als erstes muss man darauf achten dass man im einrichte modus ist das sind wir das zweite ist ich will also jetzt den blog 30 hier drauf schieben und ich will den da drauf schieben ich fange also jetzt erstmal hier mit dem 48 an das heißt ich kann den natürlich hier raus oder markieren und dann erstmal irgendwo hinschieben so dann das sollte man auch so machen dann bleibt nämlich zum beispiel hier die fahrstrecke erhalten und dann verändere ich erstmal nichts im hintergrund so jetzt ist es nur so der ich den jetzt dahin schiebe dann macht er hier irgendwas und er macht dann irgendetwas was ich aber vielleicht gar nicht will so also ich mache noch mal wieder zurück das gucken wir uns jetzt mal an ja ich mache es noch mal zurück mit der berühmt berüchtigten z taste setzte noch mal wieder da rein so und hier bei dieser ganzen geschichte kommt jetzt eigentlich dieses wie heißt das fenster noch mal ich vergesse es immer fenster 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 die 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 hier das traffic control das da und das ist dieses fenster jenen das fenster kommt hier eigentlich jetzt ein bisschen zum tragen weil da kann man nämlich ganz gut beobachten was man jetzt macht so fakt ist wenn ich diesen block hier habe und ja jetzt habe ich den block hier wenn ich da doppelt drauf klicke dann habe ich hier ein paar marker sitzen also brems und haltemärker und aktions merker das ist nicht viel aber ich habe das natürlich hier verknüpft mit diesem rück melde kontakt das heißt der belegmelder oder rückmelder je nachdem was es ist ich will das ja nicht alles neu machen ich habe auch hier zum beispiel dann ein zug hinterlegt das heißt wenn ich hier drauf klicke dann habe ich zum beispiel hier einen entsprechenden zug oder mehrere züge hinterlegt und das müsste ich alles wenn ich das jetzt einfach kopiere oder sonst was oder wenn ich neu mache müsste ich das alles neu machen das will ich ja nicht also geht es darum diese konstellation jetzt im prinzip zu drehen und hier unten rein zu schieben das ist erst mal nicht so schwierig aber man muss ein bisschen aufpassen weil ich sehe jetzt wenn ich den blog hier an klicke oder da dann sieht man wie sich hier in dem traffic fenster diese blöcke darstellen so und ich sehe jetzt halt also meine fahrtrichtung ist in dem fall im normalfall von oben nach unten und ich habe hier zum beispiel den grauen bremsmerker da kann man das jetzt schön daran erkennen das ist für ein icb beziehungsweise gibt den bahnübergang wieder frei so entschuldigung der gibt den bahnübergang wieder frei und gut ist so den will ich jetzt drehen dass er hier unten rein kommt wie mache ich das jetzt also jetzt nehme ich diesen blog schiebe ihn erst mal hier in irgendein freies feld rein und wenn ich ihn dann anklicke dann habe ich wieder hier unten meine darstellung ich habe jetzt zum test habe ich das mal ausprobiert also auch wie ich dann meine probleme damit hatte bin habe ich wahrscheinlich auch am anfang was falsch gemacht ich habe jetzt man man kennt ja diese funktion dass man hier eine weiche drehen kann oder sonst was ich habe jetzt einfach hier mit dem kontrol r habe ich das dinge mal gedreht so dann dreht er sich und wenn ich jetzt hier drauf gehe dann sieht er auch schon ganz gut aus ich kann aber auch jetzt hier noch mal drauf gehen und sagen kontroll noch mal er dann dreht er sich wieder und ich sage noch mal kontroll er dann dreht er sich wieder so und jetzt sehe ich aber wenn ich hier drauf gehe jetzt sehe ich dass der zwar jetzt so eigentlich wieder richtig liegt von der beschriftung her der würde also schöner reinpassen also wenn ich denn das nehme das täte jetzt gut passen so an der stelle aber ich sehe dass meine fahrtrichtung jetzt in die falsche richtung läuft heißt also im endeffekt oder was will ich damit sagen wenn man hier beim drehen nicht aufpasst dann sind auf einmal die ganzen merker in der falschen richtung bedeutet also ich muss hier wieder drauf gehen ich kann auch mit der rechten maustaste drauf gehen und kann dann hier nach rechts oder nach links drehen das manchmal nach links spielt jetzt keine rolle so ich drehe mal nach links dann steht er wieder nach da unten ich muss aber jedes mal immer hier anklicken damit er mir das das hier an zeigt und jetzt muss ich halt in dem fall noch mal nach links drehen oder nach rechts und zwar so weit bis dass ich ihn letztendlich wieder so habe so und da jetzt licht er wieder so dass er halt von der fahrtrichtung von oben nach unten den fall den grauen fall im endeffekt nach links zeigt das heißt erst jetzt kann ich diesen block nehmen und erst jetzt passt er wieder so wie er vorher war und jetzt nehme ich den einfach und schiebe ihn halt hier drauf so damit habe ich jetzt alles gelassen wie es ist ich habe den nur verschoben und ich habe mir auch nichts zerstört ich habe mir also auch keine fahrten hier zerstört das passt einfach jetzt so was ich aber jetzt noch machen muss wenn ich sowas machen will ich muss eben diesen hier den taster muss ich noch mitnehmen der kommt dahin und diesen taster muss ich noch mitnehmen und dahin schieben so der merker hier der rückmelder das ist ja der gleiche was ist das jetzt das ist der hsi 2-8 und wenn ich jetzt hier drauf klicke das ist ja dann auch der hsi 2-8 ja das ist ja auch also das passt hier ist alles geblieben heißt ich brauche nichts neues zu machen ich habe den einfach nur verschoben aber darauf achten dass hier die richtung dann auch stimmt so wie man ihn braucht weil sonst funktioniert es ja nicht so das gleiche mache ich jetzt auch mit dem hier den klicke ich auch an schiebe ihn halt irgendwo in ein freies feld rein sage dreh dich um nach rechts zum beispiel dann dreht er sich um ich muss eins leere klicken muss dann noch mal anklicken und jetzt habe ich den halt wieder hier und jetzt sehe ich auch dass hier meine pfeile auch wieder in diese richtung von rechts nach links gehen also stimmt da also kann ich ihn jetzt hier nehmen und kann ihn auch da reinsetzen so die strecke ist noch da die strecke war da er sitzt also da drin und wenn ich ihn halt hier an klicke dann sehe ich halt hier beide pfeile gehen das ist der der stopp merker für mein bahnübergang damit er den wieder ausmacht und das ist in dem fall das vom ic e moment wo ist er der ic e ist der hier falsch rum wieder so das ist der ic e genau talfahrt ic e langsam fahren und das ist dann noch mal merker nochmals mal ausmachen also die richtung stimmt alles ist gut die beiden hier muss ich jetzt noch verschieben wiederum dann kann ich den da hinsetzen kann den wieder hier runter ziehen dann passt das nämlich von der eigentlichen optik besser und jetzt kann ich halt auch diesen hier runter ziehen und den so und natürlich auch dann logischerweise den hier verlängern weil da ist nur einer drin und den ziehe ich auch da runter und dann passt hat nämlich jetzt besser von der wirklichen optik weil hier liegt nur ein block und diesen block hatte ich eigentlich nur da rein geschoben weil er mir einfach besser gefiel aber eigentlich liegt er so und was ich damit nur sagen will ist man muss auf die richtung achten aber wenn man das tut zerstört man sich auch nichts und dann kann man alles so lassen und dann bleiben auch die merker so wie sie sind wie man sie vorher hatte also vorsichtig beim verschieben und wie gesagt wenn man was verschieben will ich sage jetzt mal hier nehmen wir den an dem würden wir jetzt das schlecht sagen wir mal man würde den jetzt wieder verschieben wollen hier oben rein dann kann ich das machen mit nach links und rechts drehen aber ich muss dann eben halt drauf aufpassen dass die richtung auch stimmt und das wird eigentlich sehr schön von dem traffic control fenster gezeigt das war es schon an ein das war es noch nicht weil eins fehlt noch logisch ich muss ja diese hier noch verknüpfen eventuell oder noch mal nachgucken weil aber da haben wir eigentlich nichts geändert gehen wir noch mal rein so anschluss operation schauen wir noch mal nach der b 48 ja genau ich hatte vorher was kopiert also bevor ich das video jetzt gemacht habe und dann war es eben anders also betrifft immer noch den 48 nach links das passt der hat immer noch den 48 nach rechts passt auch der hat den block 30 genau passt auch und der hat den block 30 nach rechts passt auch so damit funktioniert alles damit ist alles gut und das war es auch schon für heute der radi sagt mal wieder tschüss aufpassen beim ändern von blöcken damit auch letztendlich alles so stimmt weil sonst macht man sich was kaputt und dann stimmen die zugfahrten hinterher nicht mehr oder sind unterbrochen okay der radi sagt tschüss für heute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal